jo leute und damit willkommen zurück zu assassin's creed origins oh ja was war das beim letzten mal sind wir zu targa und mussten ihnen dann noch helfen und das spielzeug von seinen sohn gegeben und ja da war ich hatte die aufnahme auch noch mal neu getestet das neue einstellung und es geht da sind immer noch probleme ich probiere immer noch ein bisschen mit der kodierung und alles rum so wie jetzt habe ich noch was geändert bis jetzt ruckelt das nicht scheint so ich teste das erst mal dementsprechend also wenn das rücken sollte oder so verzeiht mir das weil ich test momentan das so ein bisschen rum wie ich dann am besten gute qualität trotz der mauer und leistung rauskriegen kann musste generell mal mein pc noch mal komplett neu aufrüsten also komplett alles neu ja gut aber dann würden wir sagen müssen zahlen die lügen des skarabios also eine folge christ immer noch wir haben ja noch was anderes geguckt weil ich dachte das geht kaputt naja die warten ja auf mich na gut folgt also dieses ziel dass du dir gesteckt hast es scheint unerreichbar das können nur die götter wissen bei und wenn ich nicht nach den sternen greife woher soll ich dann wissen was in mir steckt letopolis war einst ein wunder bevor die wüste es verschluckt hat ich will der welt und den göttern zeigen dass menschen alles erreichen können was sie sich in den kopf setzen vielleicht wurdest du von den göttern geschickt um ihr bei meiner vision zu helfen ein starker arm ein scharfes auge wir stellen den ruhm dieses landes wieder her ich habe mein eigenes großes werk zu vollbringen mal sehen ob ich dich nicht doch überreden kann okay ja 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 fragen wir ihn einfach mal wohin auch immer ach da war zu schnell was stimmt nicht alles so wie immer natürlich ne höhle höhle und komische flamingos sind da welche dieser ort wird schwer bewacht weißt du dass wir ja natürlich hat er mich gleich voll erwischt und er rennt immer vor warum rennt eigentlich vor ich brenne die laufen da oben lang überall ah ja wo lang rennt er eigentlich hat das auch hallo ok müssen wir dann nach oben klingt als würden ein paar banditen da oben lagern ich bin da erstmal genau das was ich brauche das ist der schatz ne ja genau aha ist er jetzt noch oben ja ist er natürlich rennt er vor die waren irgendwo noch mich irgendwo tschüss er bricht immer voll vor kann man aber auch machen da ist noch irgendwo einer dann holen wir ins thema ok wo rindt der typ denn lang und jetzt müssen wir wieder runter alles klar da bin ich fast auch mal gefallen kann man ja mal machen jo ist klar genauso wie da läuft ich muss gerade gucken wo ich lang muss war das dieser komische eingang eben das ist wieder typisch für mich na gut hallo hallo oh oh meinen dank bayek bevor du hier ankamst dachte ich mein traum sei zum scheitern verurteilt du gabst mir die kraft diese banditen zu verfolgen wer waren sie blutrünstige anhänger von sachmet der göttin des gemetzels sie wollen nichts außer chaos und ruhe verbunden mit dem skarabeus nein sie halten sich für löwen sind aber nichts weiter als aasfresser nun sind sie selbst futter für die geier ich bringe diesen priester zurück in die stadt triff mich bei meinem haus wir werden zu abend essen und ich sage dir was du wissen muss okay möge petar dich segnen und den beschützer auch meister tahaka aber hier doch was diese blutrünstigen räuber haben mich entführt ich dachte die straße von memphis nach lethopolis sei sicher jetzt ist es so und ich sorge dafür dass es so bleibt ihr sagtet ihr kommt aus memphis es gibt viele priester in memphis ich werde dort nicht gebraucht aber lethopolis und muss nun den untergang der stadt mit ansehen seine boten kamen nach memphis was soll ich hin da da machen wir das so dauert mir sonst lange scheint ein bisschen rinderverzögerung zu sein und so muss ich nach der aufnahme noch mal gucken na ja wie gesagt die probieren bist du nur um ein bisschen rumprofieren muss man sein okay das ist schön nein schön dass ihr es geschafft habt marit ja die götter haben über uns gewacht da waren geier und eine hyäne und so viel sand genug sand für ein ganzes leben deshalb brauchen wir auch so viele helfer für unser vorhaben und was versprichst du ihnen tahaka eine parzelle land mit einem haus für jeden sie müssen nur helfen alles der wüste wieder zu entreißen das ist alles man gräbt ein haus aus ganz so einfach ist es nicht alle müssen mit anpacken zu ehren der götter jeder weiß dass seine vision wahr wird es ist gut dass du deinen vater erst kaum auf den retter von letopolis essen wir jetzt ein paar honigdatteln und was ist denn bei der das beim ersten mal schon versucht und zwar hergiften irgendwie war es klar oder zu betäuben mögen die götter gegen dich sein tahaka bei allem was du tust der hacker ist der skarabios alles klar seno ah ja wo bist du meine liebste ok 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 mögen die götter dir gnädig sein ich habe weder rüstung noch waffen noch geld wo fange ich an schnell bevor der wind ihre spuren verwischt hat wie gesagt er hat das beim ersten mal schon versucht dann wollen wir mal die 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 erst meine waffen dann der skarabios die spuren heute einfach mal da lang und ganz kurz das gucken ja natürlich da wollte ich hin ich mach die mal ein bisschen runter das kann nämlich daran liegen dass das so probleme macht kann muss aber nicht aber man sieht trotzdem relativ viel da ist dann übernommen muss ich mal gucken kurz options ja da hm ok ist das oder weiter oder weiter ah dann gucken wir mal ob wir hier noch welche sind uiuiuiui haha das sind Explosions fesser oder brennfässer wenn zwei auf jeden fall hm das sind keine mehr wow wow das war der grund nein Nein. Wir können halt nichts tun. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ich weiß. Bin ich doch. Ich bin doch vorsichtig. Oder etwa nicht. Ist die Ausrüstung verpackt? Ja, wirklich beeindruckende Waffen. Alles in einer Kiste als Tribut für Cevetu. Gut. Wir schicken sie in ein paar Tagen zugritten. Was? Woher? Weiß er nicht. Hey! Es gibt Ärger! Ich bring dich um! Ich bring dich auch um. Tschüss. Na, du auch noch? Komm. Komm, komm. Wo ist er jetzt? Warum bleibt er da stehen? Mann. Hm. So was hasse ich. Warte mal. Weiß nicht. Geht doch. Hab dich. Hab dich. Sie hätten im Schatten bleiben sollen. Okay. Okay. Wir freuen uns, Sefitus. Sefitus nimmt diese Waffe, Waffenrüstung als bezahlen. Du wirst ihn weltschnell erkennen. Und ich erwarte im Gegenzug ungemessene Dienste von mir. Na, von dir. Okay. Hallo. Da kommt raus. Und dann befreue ich dich natürlich gleich, ne? Irgendwas zu meinen sammeln. Ja, oder jede Menge. Jede Menge. Danke. Wir haben hier noch einen. Das ist der Typ. Okay. Wo ist der ästliche Vogel? Ist hier keiner mehr? Ach was. Sein Knisser. Ja. Der hat mich schon gesehen. Was hat der Typ denn geworfen? Okay. Na komm. Autsch. Autsch. Geh weg. Geh weg. What? Scheiße. Hier im Fallen. Ey, triff dich einmal. Kommst du nicht mehr weg. Warum? Asozial, ey. Okay. Wir rennen da rum. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ich hab sie doch schon alle getötet. Ach, die leben wieder. Na dann. Hey, was? Ihm nach! Okay. Okay, jetzt ist er tot. Hehehe. 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 So, weg mit dir. Ups. So wird das Ding kaputt gemacht. Was? Stirb, du Sau! Grrrr! Stirb, du Sau! Hehehe. Beim Runterspringen. Zack. Okay. Da ist noch einer. Hallo! Na du? Du hättest nicht herkommen sollen. Hehehe. Autsch. Komm. Da ist ja noch einer. Ach man. Wo bist du? Hey, was? Hehehe. Was? Und weg war er. Toll, darf ich die wieder befreien. Siehst du mal, es ist nur einer. Okay. Die Götter segnen dich. War da gerade noch jemand? Ach da. Na du. Ich hab, du Sau! Ich muss das mal noch richtig lernen. Besonders mit dem Ausweichen. Besonders mit dem Ausweichen. Ist hier noch irgendwo jemand? Scheinbar nicht. Hm. Da haben wir aber noch Sachen gehabt. Okay. Wo sollen wir hin? Da unten. Na dann. Schnellreise. Mach ich aus eigenem Grund immer viel, viel lieber. Ich weiß nicht, ob man das hört, dass der Ventil lebt worden ist. Ich hoffe mal nicht. Ups. Falscher Knopf schon wieder. Okay. Taka. Taka, kaka, kaka. Ach. Sein Haus. Wo wollte ich denn langlaufen? Hm. Naja, ich dachte, da wäre was. Aber war ja nichts. Diese Zone ist tabu. Der Haka, Aka, kaka. Der Skarpios. Diese Zone ist tabu. Na dann. Ist recht da hin. Ein paar Leute, ne? Das sind Arbeiter. Sterb. Tja. Kann ich aber töten. Dafür lasse ich dich leiden. Da kommt ja noch einer. Hehehe. Autsch. Ich habe schneller zugeschlagen. Sollte das. Hm. 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 Meins. Da hinten ist noch einer. Äh. Blindernd. Munizion voll. Oh, Götter. Segnet meine Arbeit. Was? Ja, fuck. Auch dass mein Name in diesem Tempel erhalten bleibt. Für immer und ewig. Oh, Mutter Nut. Wache über mich. Auf dass ich in die ewig leuchtenden Gestirne eingehe. Und niemals sterbe. Oh, Mutter Nut. Wache über mich. So dass ich zu einem Stern am Firmament werde und nie sterbe. Bist du. Oh, Götter. Segnet meine Arbeit. Auf dass mein Name unsterblich ist. Auf dass du ewig tot bist. Oh. So geht ein Traum zugrunde. Ich hätte etwas Immerwährendes erbaut. Und Gupa hätte deine Heldentaten besingen können. Ich bereue so einiges. Wir alle arbeiten für höhere Mächte. Wir alle leisten Frohendienst für etwas Größeres. Es gibt keinen Kommen. Ich bin nur ein Mann im Orden der Ältesten. Dieser Sieg wird dir keinen Frieden bringen. Es ist nicht der Frieden, den ich suche. Ich folge diesem Pfad nicht für mein Seelenheil. Der Orden der Ältesten vergisst mich nicht. Denn ich brachte ihnen Wasser. Und ich erbaute Städte. Oder die Wüste fällt wieder ein. Und zerstreut die Menschen von Letopolis. Wie Staub. Okay, und jetzt müssen wir aufpassen. Ah! Vater! Ich strecke dich nieder! Wie du, mein Vater! Ich dachte, du bist unser Freund! Ich hasse dich! Kümmer dich um ihn. Versuche es ihm zu erklären, wenn du kannst. Du brachtest Blut und Tod über mein Haus. Du warst blind. Doch jetzt musst du deine Augen öffnen. Dein Mann war der Skarabeus. Er hat das getan. Dein Vater wurde von ihm gefoltert und verstümmelt. Wie so viele andere auch. Nein! Es liegt an dir, deinen Sohn ins Licht zu führen. Heraus aus dem blutigen Vermächtnis seines Vaters. Es tut mir leid, mein Junge. Es tut mir leid, mein Junge. Sie sind ziemlich bruchstückhaft, aber für kurze Zeit solltest du eintauchen können. Ich trinke dein Wasser. Okay, dann landen wir jetzt bei ihr drin. Eine geische Küste. Genau wie in der Schlacht von Salamis, Hauptmann. Du sitzt in der Falle. Hier kommt Timistocles. Und da ist die Beute. Verdammt! Foxydas, warum geben wir all diese Schätze ab? Wir könnten uns auf Lesbos zur Ruhe setzen mit so viel Gold. Was sagst du, Wüstenratte? Wenn diese Truhe nicht bei Pompejus ankommt, dann auch nicht dieses Schiff. Wir werden auch durch den Hades krauchen, um sie abzuliefern. Also gut. An die Arbeit, ihr faulen Hunde. Damastes, mein treuer Schildträger. Los, fang an! Man bezahlte uns, um Pompejus zu bestechen, eine Königin zu retten und ein Königreich zu gewinnen. Das übliche Tageswerk für uns Söldner, hä? Ja. 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 Äh, ja. Jetzt dürfen wir segeln. Ähm, sorry für die Ruckler. Wir haben jetzt eben auch geruckelt. Äh, ja. Ich muss hier noch meinen Schild. Und Schlag! Nein? Na gut. Aber das werden wir beim nächsten Mal machen. Denn ich werde hier erstmal die Aufnahme beenden. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Assassin's Creed Origins. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.